Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute quatsche ich einfach mal wieder ein bisschen mit euch. Ich möchte euch was erzählen. Los geht's! Also, als allererstes bedanke ich mich erstmal bei allen Frauen, die hier sind, die mir vertrauen, die sich von mir inspirieren lassen und ja, die auch dabei waren, als ich hier meine Ringe das erste Mal vorgestellt habe. Oh Gott, das war so aufregend, das ist jetzt noch nicht so lange her und ich saß hier, ich weiß noch, ich bin mit euch live gegangen. Ich war noch nie so aufgeregt bei einem Video. Ja, aber das könnt ihr auch alles verstehen. Und also erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mir also vertraut haben, die sich einen Ring bestellt haben. Und ja, manche haben wahrscheinlich die Ringe jetzt schon bekommen, andere müssen noch warten. Ihr wisst ja, dass das angefertigt wird und ihr habt aber alle Bestellbestätigungen und alles bekommen. Wir sind ja auch im Austausch, da freue ich mich auch sehr. Es kamen auch ganz viele Fragen noch zu anderen Preisen und so. Und ja, also dafür erstmal herzlichen Dank. Also, ich habe alle eure Kommentare gelesen. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Und natürlich habe ich auch gelesen, dass einige Frauen geschrieben haben, Oh, sie freuen sich so für mich, aber sie können sich so einen Ring leider nicht leisten. Und jetzt muss ich halt schon sagen, das ist keine Massenware. Mein Edith Ring, das ist ein richtiger großer Stein. Und ihr wisst das, habe ich euch ja alles erzählt. Das kann man nicht. Das werdet ihr nirgendwo für so ganz wenig Geld finden. Das ist mir halt auch so wichtig. Ich möchte halt nicht diesen billig schmucken. Und natürlich habe ich eure Stimmen gehört. Es wird mehrere Ringe geben. Es wird immer farbenfroh sein. Es wird immer echter Schmuck sein. Es werden echte Steine, aber in niedrigeren Karat-Zahlen. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie das genau aussehen wird. Also ich habe meine Zeichnungen gemacht. Wir sind jetzt dabei. Die Ringe werden jetzt für mich gefertigt. Und dann guckt man. Zum Beispiel, ich wollte meinen Edith Stein gerne als Peridot. Also diesen Ring, einen großen Peridot, bekomme ich aber gerade nicht. Weil mit 5,5 Karat ist das gerade nicht so einfach. Jetzt einfach die einzukaufen in dieser geschliffenen Fassung, so wie ich das möchte. Und das dürft ihr halt nicht vergessen. Aber wir sind dabei und ich hoffe wirklich, dass wenn jetzt einige vielleicht traurig waren, dass ich euch so einen kleinen Lichtblick Richtung Herbst gebe. Vielleicht vor Weihnachten. Es wird Schmuck geben, der günstiger ist. Das ist immer noch echter Schmuck. Der ist immer noch von mir. Weil ich weiß, einige haben geschrieben, Och Mann, sie haben sich so von mir einen Ring gewünscht oder einen Schmuck oder irgendein Teil von mir. Und es ist auch sehr persönlich, weil wenn ich, ich packe die Sachen für euch zusammen. Das mache alles ich. Also ich sitze dann hier, ich wickele das ein. Ich habe da so meine Idee, wie ihr diese Schätze bekommt. Und ich bringe die dann auch zur Post. Vielleicht macht es auch mein Mann. Also wir wechseln uns da ab, wer dann zur Post fährt oder so. Aber ich verpacke die Ringe für euch. Ich suche das Etui aus. Das ist einfach meine. Och, mich macht das glücklich. Ich mache das tatsächlich am Abend immer so. Zwischen neun und zehn stehe ich dann und bereite die Päckchen vor. Genau. Und das ist einfach was super Schönes. Das macht mich glücklich und dankbar. Und ich weiß, dass ihr euch darüber ja auch freut. Deshalb bitte seid da jetzt nicht traurig oder enttäuscht. Sondern wartet einfach ab. Habt ein bisschen Geduld. Die Sachen, die kommen. Das ist halt immer ein Prozess. Das ist nicht einfach mal so hier so zack irgendwo aus einem Lager. Gibt es da tausende von Stücken und die werden einfach gekauft. Nein. Bei uns wird das wirklich hergestellt. Jedes Schmuckstück ist ein Einzelstück in dem Sinne. Und ja, das ist einfach was ganz Feines. Und das war halt auch mein Traum. Und ich war eben, mir war das schon bewusst, dass ich dann natürlich auch, es gibt natürlich auch Neider. Aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das gibt es auch, dass dann manche denken, oh Gott, da gibt es auch Schlimmen. Da wende ich mich aber einfach ab, weil damit kann ich ganz gut umgehen. Und ich wusste das auch, dass wenn ich in der Öffentlichkeit bin und wenn ich einfach jetzt so die Ohrspacken zusammenkneife und sowas mache und mir so einen Traum erfülle, dann wird es natürlich immer Menschen geben, die sich dann reflektieren und die dann irgendwie einem dann nichts Gutes wollen. Aber deshalb auch dieses Video und ein großes Dankeschön an euch, weil ich von euch, also durchweg, ich würde sagen 99,9 Prozent waren sehr, sehr lieb, positiv, für mich wohlwollend, weil nichts Schlimmeres ist Missgunst und Neid. Nein, das habe ich aber auch schon in anderen Videos erzählt, das ist jetzt kein Thema für heute. Heute geht es nur darum, euch zu sagen, es wird schöne Sachen geben. Also seid jetzt nicht sauer und ich verstehe euch. Wie gesagt, ich habe es komplett nachvollziehen können, die Enttäuschung, wenn man dann vielleicht in den Shop geht und denkt, uh, jetzt ist da der Ring, den ich gerne hätte, aber leider halt in diesem Karat. Wenn ihr euch jetzt irgendeinen billigen Schmuck kauft, irgendwo in einer, weiß ich nicht wo, und ihr geht damit nach Hause, dann hat er seinen Wert verloren, wenn er nicht pures Gold ist oder nicht ein echter Stein drin ist. Das möchte ich nur nochmal, dass ihr das versteht. Und ja, ich, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht, oh Gott, ich hoffe jetzt nicht, dass es wieder unter meinem Video rund geht und ihr euch dann da mitteilen müsst. Ich verstehe euch vollkommen. Ich fühle das, ich verstehe es, dass es einfach nicht für jeden machbar ist. Was jetzt auch war, ich hatte Bestellungen aus der Schweiz und das sage ich auch hier gleich nochmal im Video, ich kann leider nicht in die Schweiz liefern. Das ist für uns nicht machbar. Wir müssten dann, weil mein Mann ist ja Niederländer, das habt ihr auch gefragt, ne? Der Shop ist niederländisch und wir müssten dann zum niederländischen Zoll und das ist für uns alles nicht machbar. Also wir können nicht in die Schweiz liefern, wir liefern nur innerhalb Europas. Und da auch jetzt sehr viele Länder und da ging auch echt in alle Richtungen, haben wir verschickt. Und ja, also nur, dass ihr das nochmal wisst, mir tut es sehr leid. Und wenn ihr vielleicht in der Schweiz wohnt und ihr habt vielleicht die Möglichkeit über eine deutsche Adresse, ne? Manche können das ja vielleicht dann regeln, dass sie vielleicht Freunde oder so in Deutschland haben und ihr euch dann trefft oder was weiß ich, vielleicht gibt es da irgendeine Lösung. Aber ich weiß, wie doof das ist, wenn man, ich weiß, eine Frau schrieb mir auch, sie war voll traurig, weil sie lange auf der Suche war und genau so einen Ring wollte und dann halt sehr enttäuscht war, dass ich halt dann den nicht liefern kann. Aber genau, das wollte ich jetzt auch nochmal hier im Video mitsagen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wir sind jetzt dabei. Also meine Edith, die gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Da werden jetzt verschiedene Steine kommen. Ich will da einfach leuchtende Farben. Und es wird aber, wie gesagt, ein kleinerer Ring kommen. Also mehrere kleinere Ringe, auch in ganz verschiedenen Designs. Und ja, also für alle Mädels, die jetzt vielleicht ein bisschen traurig waren und enttäuscht, weil ihr gedacht habt, oh wow, jetzt einen schönen Ring euch zu gönnen, das wird kommen. Also es werden Modelle kommen, die günstiger sind und wo ihr dann gucken könnt, was euch gefällt. Ich bin selber schon so gespannt. Das werden so schöne Sachen. Und ich habe mir den Traum erfüllt oder ich werde mir den Traum erfüllen auch für echten Ohrschmuck. Das werden auch zarte Sachen sein. Auch für mich so für den Alltag. Oh Gott, je älter ich werde, desto mehr feiere ich einfach echten Schmuck, weil ich einfach auch weiß, dass der vielleicht auch seit ich meine Kleine habe, seit ich Kinder habe, weiß ich ja, dass ich das dann auch dann mal irgendwann verschenken werde. Vielleicht an die Schwiegertochter oder an meine Tochter oder je nachdem. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn das halt Zeug ist, was bleibt. Und das ist mir so wichtig. Das war mir so das Wichtige hier. Weil na klar, ich zeige euch natürlich in meinen ganzen Videos, wenn ich zu Rossmann gehe oder DM oder Action, dann kaufe ich mir natürlich auch diesen günstigen Modeschmuck. Aber da weiß ich auch, da gebe ich dann, ich mache dann so einen Wocheneinkauf und dann weiß ich, okay, die Ohrringe, die kosten jetzt 1,99 Euro, 2,99 Euro. Und trotzdem trage ich die mehrere Wochen. Teilweise habe ich die Jahre, wenn die richtig schön sind. Aber das ist natürlich nichts, was ich in eine Schatulle packe und aufhebe und so mein Herz dran hängt. Das ist so der Unterschied und das war mir so wichtig. Und das Schöne ist auch bei mir, ich lasse mich nicht in Schubladen packen. Ich weiß, hier kommen manche auf meinen Kanal und die denken, wow, die geht immer nur shoppen, 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 shoppen. Und ist ja auch toll, wenn ich euch da meine Einkäufe zeige. Und dann gibt es aber manche, die mich finden über vielleicht Redevideos, über so Lebenshilfe, über meine Ansätze, die sich an mir reflektieren. Manche mögen vielleicht Make-up oder Mode und ich passe da nicht so in ein Schema. Und das heißt ja nicht, nur weil ich jetzt in die Drogerie gehe und auch da günstig kaufe, und jetzt nicht nur zu Douglas und Sephora, sondern ich kaufe mein Make-up eigentlich auch immer sehr günstig, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem so teuren Schmuck mir einfach wünsche. Und es gibt ja auch ganz viele Mädels, die investieren sehr viel Geld in Handtaschen. Das ist auch eine Wertanlage. Und so sehe ich das auch mit meinem Schmuck. Das ist für mich eine Wertanlage. Der Schmuck verliert einfach nicht. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen ein besseres Gefühl geben und dass ihr denkt, okay, wir lassen uns mal überraschen, mal schauen, was ihr uns im Herbst zeigt, dass ihr jetzt nicht sauer auf mich seid und da enttäuscht seid. Und jeder hat ja die Wahl, auch wenn ich euch jetzt hier Kosmetik zeige von Dalton. Aber trotzdem zeige ich euch ja auch ganz viele Sachen aus der Drogerie. Und jeder pickt sich dann das raus, was für ihn gut ist. Und ich finde es eh nicht gut, wenn man Menschen so in Schemen packt. Und zum Beispiel, ich bin beruflich als Grafikdesignerin tätig und ich arbeite in... Das ist wieder eine ganz andere Welt, in der ich arbeite, wo ich mich jeden Tag aufhalte mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Das hat ja jetzt gar nichts mit YouTube oder Instagram zu tun. Das trenne ich komplett. Das ist so meine Welt und das ist auch ein intellektueller Job, den ich habe. Und trotzdem gehe ich gerne Samstag zu Action und hole mir da auch wieder günstige Sachen und die Scheibenwischer für mein Auto und freue mich, dass ich dann spare. Nur, dass ihr mich so einschätzen könnt. Also jeder... Ich glaube, es gibt viele Frauen, die mich ganz gut verstehen, die mich da... die das nachempfinden. Und ich weiß auch, wie viele mir geschrieben haben, oh Gott, jetzt bei Instagram, das war so heftig. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen wie nach meinem Video, dass ihr euch freut, dass ihr stolz auf mich seid, dass ich so meinen Traum wahr mache. Ja, einfach so ein Stück da. Es ist natürlich auch sehr viel Arbeit, das darf man auch nicht vergessen. Ihr seht mich jetzt hier so sitzen und es ist irgendwie ganz easy peasy, ne? Ich quatsche ein bisschen in die Kamera, aber das ist ein großer, großer Prozess dahinter, ne? Bis man das alles so hat, auch jetzt. Ich meine jetzt, ich habe das mir immer so erklärt, ich fahre jetzt. Mein Auto fährt jetzt, ne? Ich habe jetzt den Motor gestartet und mein Auto fährt. Und ich bin super dankbar über euch, dass ihr hier reinschaltet, dass ihr mich supportet, dass ihr mir, habe ich vorhin schon hundertmal gesagt, dass ihr mir vertraut, dass ihr euch da Inspiration holt. Und ich hoffe, das kann ich euch einfach weitergeben. Und darauf habe ich Lust. Es wird vieles geben, es wird bunt. Ich weiß nicht, was ich noch machen möchte. Ich, keine Ahnung, ich bin da irgendwie so, dass ich auch immer Ideen habe. Lasst euch da einfach überraschen. Oh Gott, jetzt habe ich so viel geredet, ne? Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich bedanke mich, dass ihr hier seid und einfach an meiner Seite mit mir diesen Weg zusammen geht und weiter geht und Lust habt auf meine Videos, da Bock drauf habt. Und es bleibt bunt. Also, alles Liebe und bis bald. 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 Vielen Dank.